Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbank Wattens. Die Raiffeisenbank Wattens hat heute eine ganz besondere Aufgabe. Wir erfüllen einen Kunden einen Herzenswunsch. Die Diembank Österreich hat von allen Raiffeisenbankkunden einen Kunden ausgelost, welchen wir heute besuchen gehen und wir werden ihm jetzt gleich mitteilen, welchen Wunsch er von uns erfüllt bekommt. Jeder hat zu sagen, wir starten, los geht's! Grüß euch Hallo! Der Wichtigkeit entsprechend sind wir jetzt natürlich zu viert. Das ist der Geschäftsleiter, der Magister Christian Steinlechner, der Diembankverantwortliche, der Herr Strassa und die Marketingverantwortliche, die Niederbäschke. Und jetzt geht's los! Die Spannung steigt. Wir übergeben euch heute wirklich einen Traum. Es wird im Sommer im Gegenwart von 10.000 Euro eine Reise machen können. Ja genau so ist es. 10.000 Euro für euch! Ja auch! Ja das darfst du eh entscheiden! Sandra, was tust du im Urlaub besonders gerne? Ja also da ich tauchen tue, trifft sich das ganz gut. Weil ich war jetzt schon lange nicht mehr und jetzt würde mich freuen, wenn wir wieder mal gehen könnten. Zach! Ja, wir haben mir Freude. Mal schauen wo es hingeht. Hatten Sie schon Pläne gehabt? Wer hat das Sammel? Wir wollten eigentlich daheim bleiben, ein bisschen den Garten herrichten, aber da wird Ihnen sicher was einfallen. Wir sind alle zusammen in einer glücklichen Lage. Wir als Bank, wo wir gemeinsam mit unserem Partner, der Diembank, ein Gewinnspiel abhalten haben können, wo einem ein sehr großzügiger Preis zur Verlosung gelangt ist. Und noch viel mehr in einer glücklichen Situation ist die Familie Klein. Die haben wir jetzt gerade besucht. Wir sind gerade bei Ihnen da, denen wir diesen Preis übergeben haben können. Die Überraschung ist gelungen, glaube ich. Sie bekommen eine Reise im Gegenwart von 10.000 Euro von uns überreicht und das glücklicherweise eben diese Familie da gewinnen hat können. Die Familie Klein hier in ihrem Wohnheim sind vier Leute. Zwei kleine Mädels, Zwillinge mit fast zwei Jahren. Und ich glaube, dass da jetzt wirklich das Glück am richtigen Ort gelandet ist und diese Familie jetzt da einen schönen Urlaub heuer im Sommer gemeinsam verbringen kann. Und ja, dementsprechend sich auch erholen kann. Musik 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 Musik